Die Hybrid-SPCs, egal ob Ligen, Nation oder Ligen und Nation Hybrid-SPC, alles sind ein Muss in jedem FIFA-Teil. Wenn wir alle drei abschließen, zahlen wir 60k für 15 Packs, darunter mehrere seltene normale Mega-Packs und und und. Und wie ihr diese am günstigsten abschließen könnt, das zeige ich euch in diesem Video, in dieser Videoreihe, in dem ich euch für alle drei SPCs die günstigsten Teams einmal vorstellen werde. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal ein Abo, um das nicht zu verpassen, wir starten direkt rein. Zum krönenden Abschluss der Hybrid-SPC-Reihe geht es jetzt um die Liga-Nation Hybrid-SPC. Wir hatten uns heute ja schon im vergangenen Video die Hybrid-Ligen und die Hybrid-Nation SPC angeguckt. Und jetzt, damit ihr auch alle abschließen könnt, geht es um die Liga-Nation Hybrid-SPC. Auch hier bekomme ich bei den anderen ein seltenes Mega-Pack, wenn ihr es komplett abschließt, was ihr nach dem Video auf jeden Fall machen werdet. Vier Teams, wir bekommen einen seltenen gemischten Profi-Pack, einen Premium-Gold-Profi-Pack, ein Mega-Pack und ein seltenes Mega-Pack noch dazu. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein beim ersten Team. Was möchte IA da? Ligen genau drei Länder, genau zwei Profis aus derselben Liga, maximal sechs Profis aus dem selben Land, derselben Region, maximal auch hier sechs. Die Qualität der Spieler muss mindestens Gold, also genau Gold sein, das heißt ihr dürft auch jetzt keine Bronze- oder Silberspiele haben. Und eine Gesamtschemie von 32. Das Lösungsteam sieht wie folgt aus, ich tue euch wieder alle Spieler einmal hier im Durchlauf zeigen, wem es so schnell geht, einfach pausieren, abscreenshoten, wie auch immer, wie ihr das am liebsten für euch habt, wie ihr da am besten mitarbeiten möchtet. Das sind die günstigen Spieler, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es hier und da mal Spieler, wo ihr sagt, okay, der kostet genauso viel, den habe ich schon im Team. Da könnt ihr auch natürlich auch sehr, sehr gerne den nehmen. Das war das erste Team dieser SBC-Reihe. Die zweite Teil der SBC, da brauchen wir genau drei Ligen, was die Länder angeht, auch genau vier. Profis aus derselben Liga, das dürfen maximal fünf sein. Profis aus dem selben Land, da auch maximal sechs. Die Team-Gesamtwertung muss bei 79 sein und die Chemie bei mindestens 29. Und das Team, was ich da gebaut habe, sieht wie folgt aus. Wir starten auch hier wieder im Tor. Ich habe das letzte Video auch mal schon gesagt, ich sage es aber nochmal, es gibt auch manchmal Spieler, das ist aber eher die Silberspieler, die da manchmal rar auf dem Transfermarkt sind und deswegen extrem teuer werden. Ich habe auch Spieler gesehen, die waren dann zwischen 5.000 bis 7.000 Coins. Das sollte jeden einleuchten, das ist für einen Silberspieler viel, viel zu viel. Suchst du dir einfach dann jemand anders, der da auch ins Profil reinpasst. Das ist oft bei Argentinern, so ist mir aufgefallen. Da gibt es aber genug auf dem Transfermarkt, da braucht ihr keine Angst haben. Da haben wir auch schon mal das Team und jetzt kommen wir direkt zum letzten Team. Sorry, mein Fehler, zum vorletzten Team. Da müssen wir genau vier Ligen einbauen. Genau fünf Regionen, Länder, Profis aus der selben Liga, da dürfen es maximal vier sein. Profis aus dem selben Land, da auch maximal drei. Die Gesamtwertung bei 80 und die Chemie muss hier bei 25 sein. Mein gebautes Team, das zeige ich euch jetzt, wir gehen einmal durch im Schnelldurchlauf im Tor. Würz? Ah, das ist die Schmerz von Florian Würz. Okay, gehen wir einmal durch die ganzen Spieler. Schaut euch an, wenn ihr da einsetzen könnt, wo ihr am günstigsten auch mitkommt. Wie gesagt, am Ende haben wir eine Gesamtpreisrange von um die 60.000 bis 62.000 Coins. Für alle drei Hybrid-SPCs. Für alle drei zusammen. Für alle Packs. Das ist wirklich geiles, krank gut. Das war mein vorletztes Team und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Team. Puzzle-Guru heißt nicht umsonst, denn wir brauchen genau fünf Ligen. Genau sechs verschiedene Länder. Maximal zwei Spieler dürfen aus dem gleichen Verein sein. Die Gesamtwertung muss bei 80 mindestens sein und die Chemie bei 20. Und da gehen wir rein, denn auch da habe ich natürlich das passende Team für euch gefunden. Und auch hier, schaut euch Spieler an, screenshotet euch das Ganze, pausiert und holt euch die Spieler so und setzt sie ein. Und dann habt ihr auch diese SPC komplett fertig. Und wenn ihr die SPC habt, dann habt ihr massig, massig viele Packs. Und viele haben sich wahrscheinlich gefragt, ey, du hast dich das alles schon gekauft. Schließt du die nicht ab? Doch, ich schließe die ab. Und genau jetzt werde ich die auch alle mal abschließen. Und mit den Packs machen wir auch zusammen was. So Freunde, die Hybrid-Ligen, die haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Geht es weiter zur Nation-Hybrid. Und auch die Hybrid-Nationen sind jetzt kaum denn abgeschlossen. Damit haben wir jetzt nur noch die Nation-Ligen-Hybrid. Und auch die werde ich jetzt ganz fix mal absenden. Und mit dieser SPC haben wir alle Hybrid-SPCs abgeschlossen. Das heißt natürlich, wir haben jetzt auch jede, jede Menge Packs. Wenn ihr alle abschließt, habt ihr einfach in Summe, genau wie ich, 15 Packs. Und an anderem seht ihr, was für geile Packs dabei sind. Einfach Mega-Packs und einige seltene Mega-Packs. Und die werden wir heute abends dann auf Twitch im Livestream öffnen. Schaut gerne vorbei. Es wird am Samstag auf jeden Fall noch ein Video davon kommen, wie wir diese Packs einfach öffnen. Also ein Pack-Opening quasi. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ihr wisst, wie ihr sie abschließen könnt. Und heute Abend werden wir auch die Packs so gemeinsam öffnen. Danke, dass ihr auf jeden Fall bis hierhin drangeblieben seid. Das waren es erstmal die ganzen SPC-Tutorials. Wenn es euch gefallen hat, droppt mich dann schon mal einen Daumen nach oben. Und sehen wir uns sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein, aber nicht ins Gesicht. Das tut weh.